Wie die Sonne entstand Es war einmal tief in einem dunklen Wald eine Hexe, die böse Zauberin Asvera. Sie hatte in sich die Zauberkräfte von Erde und Feuer, aber sie war unglücklich, weil ihr die Kraft des Wassers fehlte. Diese besaß das Krokodil Amodori, das am Fluss lebte. Asvera beschloss ihm, die Kraft zu stehlen. Heimlich schlich sie an den Fluss und sprach ihr stärksten Zauberspruch. Sie stahl den Krokodil damit die Zähne, die sie fortan in ihre Krone trug. Nun hatte sie auch die Kraft des Wassers in sich aufgenommen. Amodori war darüber so sauer und traurig, dass es sich in den Wind verwandelte. Mit einem starken Sturm blies Amodori der Zauberin die Krone vom Kopf und schleuderte sie an die höchste Stelle des Himmels. Dort verwandelte sie sich in die Sonne. Sie scheint nun als stärkste Kraft für alle Lebewesen. So scheint sie bis heute und für alle Zeit. Die Krokodil Amodori Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017